George Hamilton Gordon, 4. Earl of Aberdeen K.G.K.T.P.C. war ein britischer Staatsmann und von 1852 bis 1855 Premierminister. 1791 bis 1801 führte er den Höflichkeitstitel Lord Haddo. Er führte sein Land in den Krimkrieg. Leben Er war der Sohn von George Gordon, Lord Haddo und dessen Gattin Charlottebert. Sein Vater war der älteste Sohn und Erbe von George Gordon, 3. Earl of Aberdeen George Hamilton Gordon verlor seine Eltern in jungen Jahren. Im Alter von sieben Jahren wurde er 1791 beim Tod seines Vaters Erb Arendt des Öldoms Aberdeen. Mit dem Tod seines Großvaters wurde er 1801 der 4. Earl of Aberdeen. Er wurde an der traditionsreichen Privatschule Herod, wo Palmerston, Robert Peel und Lord Byron seine Studien genossen waren und später am Sankt. Johns College in Cambridge ausgebildet. Noch dem Ende seiner Studien begleitete er 1801 Charles Cornwallis als Gesandtschaftsattaché nach Paris zu den Verhandlungen zum Frieden von Amiens. Nachdem er 1804 in Cambridge den Magistergrad erworben hatte, bereiste er Baddien Griechenland, gründete nach seiner Heimkehr die Arcanian Society, beschäftigte sich mit klassischen Studien und veröffentlichte Untersuchungen über die Topografie von Troja sowie über die Prinzipien der Schönheit. In der griechischen Baukunst 1806 wurde er Baddien zum schottischen Repräsentativpär gewählt und schloss sich im Oberhaus den Tories an. Als Redner trat er aber erst 1810 auf. Als er die Antwortadresse auf die Thronrede des Prinzregenten beantragte, bereits 1808 war er zum Ritter des Distelordens ernannt worden. Im Jahr 1813 wurde er als Sonderbotschafter nach Wien geschickt. Um in Teplitz nach Bildung der österreich-russisch-preußischen Koalition einen Bündnisvertrag Großbritanniens mit Österreich gegen Napoleon abzuschließen. Als Beobachter erlebte er die Schlachten bei Großgörschen und Bautzen sowie zusammen mit Wilhelm von Humboldt die Leipziger Völkerschlacht. In Neapel trug Aberdien 1814 dazu bei, dass Murad die Seiten wechselte und sich gegen Napoleon stellte. Aberdien war einer der Unterzeichner des Vertrags, der am 1. Juni 1814 die Herrschaft der Bourbonen über Frankreich restaurierte. In Anerkennung seiner Verdienste wurde er zum Mitglied des Privy Councils ernannt und ihm am 16. Juli 1814 der Titel Viscount Gordon of Aberdeen in the County of Aberdeen verliehen. Dieser Adelstitel gehört zur Piritsch of the United Kingdom und war im Gegensatz zu seinen schottischen Titeln mit einem erblichen Sitz im Oberhaus verbunden. Im Oberhaus stimmte er regelmäßig mit den Tories und sprach sich sowohl gegen die Aufhebung der Kornzölle und die Emanzipation der Katholiken als gegen die Anerkennung der Südamerikanischen Republiken und die auswärtige Politik von Premierminister George Kenning aus. 1828 trat Aberdien als Chancellor of the Duchy of Lancaster erstmals in eine britische Regierung ein. Danach war er zweimal Außenminister, einmal unter dem Herzog von Wellington 1828 bis 1830, dann unter Sir Robert Peel. In diese Zeit fällt das Ende des Krieges mit China, die Bildung der Orte Cordiale mit Frankreich sowie der Ausbau der Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Anders als in seinem vorhergehenden politischen Wirken sprach er sich in dieser Funktion für die Katholiken-Emanzipation aus und hielt entschieden am Prinzip der unbedingten Nicht-Einmischung in fremde Angelegenheiten fest, insbesondere nach der Juli-Revolution in Frankreich. 1830 war er an den Verhandlungen zur Gründung des Königreichs Belgien beteiligt, trat aber vor deren Beendigung im November 1830 mit dem Kabinett Wellington zurück. Unter der Regierung Peel war Aberdien ab 1834 zunächst Kriegs- und Kolonialminister, ab 1841 dann Außenminister. In dieser Zeit vertrat er erheblich liberalere Standpunkte als zuvor. Nach der Aufhebung der Getreidezollgesetze 1846 trat er zurück. Die auswärtige Politik Palmer Stons bekämpfte Aberdien, schloss sich aber den Konservativen nicht wieder an und wies auch einen ihm von Derby angebotenen Sitz in der Regierung im Februar 1852 ab. 1852 wurde Aberdien als Nachfolger des zurückgetretenen Derby-Premierminister einer Koalitionsregierung aus politischen Konservativen und Liberalen, die anfangs sehr beliebt war. Bei der zögerlichen Allianz mit Frankreich und dem Osmanischen Reich in der Misswirtschaft des Krimkrieges allerdings rapide an Popularität verlor. Im Februar 1855 wurde er zum Rücktritt gezwungen. Kurz darauf erhielt er den Hosenbandorden. George Hamilton Gordon war zweimal verheiratet. Seine erste Frau Katharine Elisabeth, die er 1805 geheiratet hatte, starb 1812. Das Paar hatte vier Kinder, die jedoch alle vor ihrem Vater starben. Aus seiner zweiten Ehe mit Harriet Douglas 1815 bis 1833 gingen vier Söhne und eine Tochter hervor. Sein ältester Sohn George John James Gordon wurde nach seinem Tod der fünf. Earl of Aberdeen